Heute habe ich mal was ganz Besonderes für euch, beziehungsweise Pico hat was ganz Besonderes für euch und ich freue mich, dass ich das hier präsentieren darf. Ihr habt nämlich jetzt die Möglichkeit, eine Quillfigur zu gewinnen. Ja, eine richtige Quillfigur aus dem Spiel Moss, die stellt Pico zur Verfügung. Die ist auch nicht im Handel erhältlich, also wenn ihr die gewinnen solltet, habt ihr da wirklich was Besonderes zu Hause stehen und die Teilnahme, die ist gar nicht so schwer. Mein Quill hat mich leider noch nicht erreicht, deswegen müsst ihr leider mit Fotos Vorlieb nehmen, aber da habe ich eine ganze Reihe von, die zeige ich euch natürlich jetzt und ich erkläre euch natürlich auch, wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Haben wir geschafft? Danke, dass du an meiner Seite bist. Bitte, so, Hands Five, Five Hands oder wie sich das schimpft. So, wir legen los. Die Verlosung für die Quillfigur startet am 14. September und läuft bis zum 29. September. Gewinnen könnt ihr eine von 20 Quillfiguren, die im Handel nicht erhältlich sind, also ihr habt dann wirklich was ganz Besonderes bei euch stehen. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr folgende Spielregeln einhalten. Erstens, tretet dem Pico Gaming Launch Discord bei. Den Link zu diesem Discord findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Zweitens, ihr müsst ein gültiges Pico Konto haben und ihr müsst auch ein Moz Spiel besitzen. Das Gewinnspiel funktioniert in folgenden Ländern. England, Deutschland, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Südkorea und Japan. Ihr müsst bei dem Gewinnspiel bis zum 29. September die kleine Tröte beim Gewinnspiel gedrückt haben und diese auch gedrückt lassen, bis das Gewinnspiel ausgelost wird. In eurer Bibliothek gibt es noch keinen Moz. Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, das Spiel euch für 30% zu schneppern. Jetzt das Moz Bundle für 30% oder beide Titel auch einzeln für 30% rabattiert. So, jetzt wisst ihr, wie das Ganze funktioniert. Ich drücke euch natürlich die Daumen und wenn ihr Moz noch nicht in der Bibliothek haben solltet, dann gibt es jetzt noch ein Moz Deal bei Pico im Store. Ihr könnt das Bundle für 30% günstiger schnappern oder auch einzeln. Also jeder Titel ist auch nochmal einzeln für 30% im Angebot. Also solltet ihr vielleicht schon Teil 1 haben und sagt, hey, jetzt nehme ich noch Teil 2 mit. Ja, oder ihr habt es gar nicht. Könnt ihr euch aussuchen, wie ihr gerne möchtet. Weil Moz muss man gespielt haben, Teil 1 wie Teil 2. Und natürlich jetzt Sahnehäubchen oben drauf. Wäre natürlich für euch die Quillfigur. Ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Denkt dran, der Link zum Pico Discord ist hier unten in der Videobeschreibung zu finden. Joint gerne mal diese Community. Ihr findet dort so viele Sachen. Ihr findet dort Events. Ihr findet dort Multiplayer-Partien. Das Ganze ist mehrsprachig. Da gibt es Ankündigungen. Und was weiß ich. Und die Deals werden dort gepostet. Schaut einfach mal vorbei. Also Pico hat hier einen richtig tollen Discord an den Start gebracht. Eine richtig tolle Pico-Community. Erwartet euch dort. Einfach mal vorbeischauen. Und dann natürlich gleich mal beim Moz Gewinnspiel teilnehmen. Und wenn ihr dann schon auf dem Discord unterwegs seid, dann joint auch gerne auf unserem Discord. Auch hier ist natürlich der Link in der Videobeschreibung vorhanden. Wir haben natürlich auch eine Pico-Vierecke. Gar keine Frage. Auch eine sehr große Pico-Community bei uns. Also Pico Discord joinen. Unseren Discord joinen. Und mit bisschen Glück die Quillfigur absahnen. So, jetzt wünsche ich euch, wie gesagt, viel Glück. Viel Spaß mit Moz. Solltet das noch nicht haben. Und kauft euch das jetzt. Viel Spaß auf dem Pico Discord. Viele Grüße an das ganze Pico-Team. Tolle Aktion, die ihr gemacht habt. Und dann hoffe ich jetzt natürlich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.